Meister- und Abstiegskampf in einer Partie. Die Bayern-Amateure empfangen zum Abschluss des 35. Spieltags vor rund 500 Zuschauern im Grünwalder die Zweitvertretung der Spielvereinigung Greuther Fürth. Der Trend 2. muss nach dem Bayreuther Sieg am Freitag unbedingt nachziehen. Das kleine Kleeblatt als 18. braucht aber ebenso dringend die drei Zähler, um die Chance auf den Klassenerhalt aufrechtzuerhalten. Allerdings die Gäste in Weiß und Grün, diesmal im Gegensatz zur Partie gegen Augsburg, ohne Profi-Unterstützung angereizt. Die erste Szene des Spiels gehörte dann den Hausherrn, der Fallrückzieher von Amindo Sieb, schön anzuschauen, aber letztlich ungefährlich. Ganz anders die Fürther. In der 8. Minute tauchen sie erstmals vor dem Kasten von Johannes Schenk auf und dann ist die Kugel auch gleich drin. Den Querpass von Routinier Daniel Adlung verwertet Elias Kratzer zum 0 zu 1. Das weckte die Lebensgeister der Demichelis-Truppe nun natürlich vollends. Dauerdruck war die Folge. Einen richtig zwingenden Abschluss bekamen sie hier vorerst aber nicht, denn entweder es fehlte die Präzision oder ein vierter Abwehrbein war dazwischen. Doch als es dann zum ersten Mal so richtig klappte, war das Ding auch gleich drin. Der glänzend aufgelegte Sieb tanzt hier nach 27 Minuten drei Gegenspiele aus und trifft sehenswert zum 1 zu 1. Übrigens der 100. Saisontreffer der Münchner, das gab es noch nie in der Geschichte der Regionalliga Bayern. Fast hätte es aber die prompte Antwort der Gäste gegeben. Adlung muss hier eigentlich per Kopf die erneute Führung erziehen. Und auch wenn die letzte Szene vor dem Seitenwechsel nochmals den Bayern gehörte, die Fürther versteckten sich insgesamt keineswegs und glaubten fest an die Chance, hier was mitzunehmen. Und sie ärgerten die Gasgeber auch im zweiten Durchgang. Die Münchner Youngsters suchten weiter vergeblich nach einer Lücke und auch bei den Standards fehlte nach wie vor das letzte Quäntchen. In einem weiteren Versuch des agilen Sieb, der das Leder aber am langen Pfosten vorbeizirkelt, fiel dann plötzlich das kleine Kleeblatt wieder an, Akzente nach vorne zu setzen. Zunächst ist es Bayerns Jamie Lawrence, der da in eine scharfe Hereingabe grätscht und seinen Torwart vor Probleme stellt. Tolle Reaktion da von Schenk. Kurz darauf hat Fürths Kapitän Lukas Arendt den Führungstreffer auf dem schlampen Justin Janicek, verhindert aber erst den Querpass und kratzt anschließend das Ding noch von der Linie. Was für eine Rettungstat von ihm. Aber just als bei den Hausherrn schon etwas das Zittern einsetzte, hatte Demichelis die zündende Idee. Er brachte Grand Leon Ranos und der 18-Jährige trifft bei seinem sechsten Saison-Einsatz zum ersten Mal. Per Kopf erzielt er das 2 zu 1 in der 79. Minute. Nun mussten die Gäste natürlich öffnen, das ergab Räume für die Bahn. Mehrfach ließen sie aber die endgültige Entscheidung liegen. Am Ende reicht es aber auch so zu den drei Punkten. Leider ist das zweite Tor ein bisschen später gekommen für unser Herz. Aber die letzten 15 Minuten haben wir das Risiko genommen, eins gegen eins hintergeblieben, mit drei Ketten, noch eine Stunde auf den Feldern gebracht. Wir haben alles zu tun, das Spiel zu gewinnen und das haben wir gemacht. Das war ein Kompliment für meine Jungs. Ich muss ehrlich sagen, ich bin richtig stolz auf die Mannschaft, weil natürlich hat Bayern eine riesige individuelle Qualität. Und das hat man auch immer wieder gesehen. Aber wenn wir mutig waren und wenn wir unseren Plan dann auch auf den Platz gebracht haben, dann haben wir die auch vor Schwierigkeiten gebracht. Wir hatten auch nach meiner Meinung genug Torchancen, um zweiter Tor, sogar vielleicht auch dritter Tor zu schießen. Die Bayern-Amateure halten also das Meisterschaftsrennen einigermaßen offen. Vier Spiele vor Schluss sind es weiterhin fünf Punkte auf Bayreuth. Für die Mittelfranken rückt dagegen der Doppelabstieg näher. Angesichts von weiteren Vierzellen Rückstand auf die Relegationsränge könnte es neben den Profis dann am Ende eben auch das kleine Kleeblatt erwischen.